Ok, der kleine Junge hat mich nach dir abgezogen. Jede Echse schlägt Wetter als du. In meiner Ruhe oder so. Also, du hättest schon gedacht, der kleine Fußtag schlägt schon mehr als ich. Jetzt waren die 809. Jetzt machen wir mal kurz noch die 855. Das war ein bisschen schief getroffen. 7,870. So, 855 sind die Schaden, heute noch. Ich hab das Ding kaputt geschlagen, habt ihr das gesehen? Ich hab das Teil kaputt geschlagen. Ich hab's kaputt geschlagen. Also, das Ding wird eigentlich als Highscore gewertet. Ich hab den Automaten kaputt geschlagen. Ich hab den Automaten kaputt geschlagen. Also, das heißt, ich hab auf jeden Fall den Rekord gebrochen, weil ich den Automaten kaputt gemacht hab. Aber, offiziell waren es 809. Aber sagen wir mal, ich hab den Automaten kaputt gemacht. Ciao.